Hi, das ist der Omid. Hi. 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 Wallen, you, send me. I go. You, send me. Finally, you, send me. I go. Hi. Hi. Kurzes Interview. Und zwar abonniert ihn auch. Ihr seht wie im Kanal. Wir sind eben glücklich. Ich hab mich auf meinen Kanal. Der Omid. Warum hätt ich dich abhauen. Du kannst mich nicht abhauen. Wenn es euch gefällt, dann gebt Daumen nach oben, weil er nimmt uns die Kamera gleich ein bisschen weg. Weil es ja live ist. Ab wann fangen die Herzfäden an? Emin, wir haben eine Frage an dich, kannst du bitte kommen, es wär nett. Ja. Ich wurde gerade geprankt, jetzt ist einfach alles voll. Danke. Danke. Ich wär einfach komplett nass auf der einen Hälfte. Der kommt, der kommt, der kommt. Komm. Komm, Emil. Wie fühlst du dich jetzt? Erfrischend. Ich bin derzeit. Du musst auch machen. So, wir haben gerade den Kurs zu Ende gebracht. Die Mädels haben mich schon auf die Palme gebracht. Nee, Spaß beiseite. Wir sind eigentlich immer ganz cool miteinander. Bei uns läuft das meist so ab, da ich mit denen eine freundschaftliche Verbindung aufbaue. Deswegen ist es auch so cool mit den ganzen Kits, die ich halt habe. Ja, ich fand es eine coole, lustige Stunde geworden. Ich hab jetzt einfach automatisch nicht so viel gefilmt. Ich musste ja heute früher weg, weil wir fahren jetzt zur Generalprobe. Ich wollte auch nicht immer bei jedem Vlog einfach Breakdance-Schritte zeigen, beziehungsweise Auftritte oder Moves und sowas. Weil irgendwann ist das Problem, dass es einfach nur das Gleiche ist. Und das wollte ich eben jetzt nicht in diesem Vlog. Außer bei der Generalprobe werde ich auf jeden Fall so ein bisschen was filmen. Ich bin auch direkt wieder los, weil ich muss ja Elif Melef von der Bahn abholen. Das heißt, ich sehe jetzt gleich Elif Melef. Und wir fahren dann zur Generalprobe. Ich muss dann noch ein Kind abholen von mir vom Kurs, den ihr gestern auch gesehen habt. Und den nehme ich dann auch mit. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin jetzt auch am Stern. Ja, wir sind gerade in Lindner und wir sind einfach keine Ahnung, wie lange wir gefahren. 20 Minuten, glaube ich. Aber Lindner ist echt voll das Kaffee ohne Spaß. Wir befinden uns jetzt bei der Generalprobe. Live dabei mittendrin die Elif Melef und die Emin. Und der Jaron ist auch da. Ihr seid jetzt alle auf YouTube, nur nochmal und so. So, wir sind jetzt durch. Wir haben aber heute extra die Show nicht so viel gefilmt oder komplett. Das machen wir dann morgen, weil heute war ja nur die Generalprobe. Deswegen filmen wir das quasi morgen. Also ich werde auf die Bühne gehen und dann so richtig so aufs Ego. Einfach das da hinlegen vorne vor die Bühne und fertig. Und dann werden wir auch anfangen zu tanzen. Ich glaube, ja, das ist bestimmt ganz cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.